Schalimchen zurück in die klassische Mission von X-Wing, die historische Mission von X-Wing mit dem B-Wing in Mission 2. Sturm auf einem imperialen Konvoi. Nutzen Sie die gewaltige Feuerkraft des B-Wing, um einen imperialen Konvoi auszulässern. Ein Konvoi auf dem Weg nach Petrakis muss zerstört werden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Primärziele sind die Frachter, die Thai-Jäger an Bord haben. Die Petrakis-Basis wird eine Eskorte zum Konvoi schicken. Staffel Rot wird zwei B-Flügler und einen X-Flügler als Eskorte schicken. Ein Konvoi auf dem Weg nach Petrakis muss zerstört werden. Sturm auf imperialen Konvoi. Nach dem Chantopil-Debakel achten Gerüchte über ein neues mächtiges Raumschiff der Rebellen in der imperialen Flotte die Runde. Beim ersten Einsatz der B-Flügler gegen Thai-Jäger war die Furcht so groß, dass die gesamte imperiale Staffel bei dem Anblick der fremden neuen Schiffe sofort ausriss. Diese Mission stellt diese Begegnung nach. Es war ein Überfall auf einen imperialen Konvoi, der Thai-Jäger geladen hatte. Der Konvoi bestand aus mehreren Frachtern, einigen Transportern und Fähren. Sie wurden von vier koreanischen Korvetten begleitet. Hinzu kam eine Thai-Jäger-Eskorte von der Petrakis-Basis. Es war diejenige, die flüchtete. Die Kanonenboote, die während des Gefechtes eintrafen, waren nicht so furchtsam. Zerstören Sie alle imperialen Frachter und Korvetten. Tja, eben mal gerade. Einnehmen, weil eben nicht so. Ist ja auch nicht immer so easy. Da wollen die alle ja nicht. So, dann müssen wir das erste Mal erstmal fullspeed hin. Thai-Fighter, der wohnt eh ab. Nicht ablenken lassen von denen. Der zweite Lohn, das hier hat das echt, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das echt, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Der zweite Lohn, das hier hat das, echt ein Problem. Guter Schuss! Ziel zerstört! Roger! Übernehme angebäßes Schied! Ich kenne auch noch kurz, die in die Schnauze auslösen wird. Ich bin zerstört. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Ich bin zerstört. Roger, übernehme angewähltes Ziel. So. Ich bin zerstört. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Das Problem ist auch der Flügelmann sollte nicht verloren gehen in der Mission. So. Es ist auch manchmal leichter, als auch der Sitanen. Gerade wenn es viele Raketen gibt. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Komm hin. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Ziel zerstört. Roger, übernehme angewähltes Ziel. Ziel zerstört. Guck mal, wo die Vieren sind. Guck mal, wo die Vieren sind. Das war's für heute. Es ist cool. Guter Schuss. Ziel zerstört. Schön aus dem toten Winkel kommen. Guter Schuss. 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 Mit den Frachtern oder so? So die Flügel in eine echte Welt. Liegt auch daran, dass ich da auch sofort keine Bock habe. Schießt, da fliegt der mir jetzt einen Schussbeamten. Das wäre ja noch besser. Hier sieht man im Vergleich zum Frachter, ich bin nicht wirklich viel beweglicher oder schneller. So, ab zu den nächsten Frachtern. Na komm, wir haben den da. So, ab zu den Frachtern. Ah, ich schraubte Frachter. Dr. Sheet. Da sind Köptern. Oh, Sheet geschwift. So. Guter Schuss. Ziel zerstört. Mission erledigt. Oh, nicht gerade eine schöne Mission, muss ich mal ehrlich sagen. So spaß ich heute nicht. Mir fehlt der Spaßfaktor, aber wie bei den meisten Missionen, in denen man ein B-Wing fällt. Oder ein Y-Wing ist genauso schlimm. Naja, Hauptzeichen angucken und aus den Augen ran an die Uniform. Beziehungsweise in die Schratulle. Abfertigungsschleuse 1. Warum auch immer, ich kam da gerade nicht raus. Mal hin und her. Okay. Warum rum und eben nicht hing. Hier ist unser Orden.